Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Gigi und auch um Dana und die Trennung. RTL schreibt aus und vorbei Gigi und seine Perle Dana sind kein Paar mehr. Beide sind sich auch schon entfolgt. Ein riesiges Drama auf Instagram, wenn man sich dann gegenseitig entfolgt und sagt, okay, goodbye, dann heißt das immer schon was. Jetzt wird natürlich gemunkelt, ist das alles jetzt so oder ist das alles nur eine Lüge? Und beide wirkten eigentlich auch direkt nach dem Kampf sehr harmonisch, auch gemeinsame Placements, wo sie dann in der Dusche mit der Seife von ihm da und vielleicht habt ihr das gesehen, war ja so irgendwie ganz niedlich und irgendwie wirkten beide dann doch so harmonisch, dass ich mir das irgendwie schwer vorstellen kann, dass beide jetzt plötzlich getrennt sind. Jetzt wird natürlich gemunkelt, Mensch, was könnte denn der Grund sein? Auf der einen Seite könnte es sein, dass Gigi und Dana vielleicht bei prominent getrennt die Möglichkeit haben, als Paar nochmal stattzufinden. Allerdings war Gigi, meine ich, im letzten Jahr schon dabei. Wäre also auch so ein bisschen komisch, wenn jetzt immer wieder dieselben dort gebucht werden. Andererseits funktioniert er super, auch durch das Dschungelcamp ist er auch ein Quotenbringer. Er ist so ein Sympathieträger, für viele, viele finde ich ihn auch lustig, ja. Und ich mag ihn eigentlich auch ziemlich gerne, ich fand die beiden auch sehr süß zusammen. Von daher, ich will sie ihn nicht. Also irgendwie kommt mir das so vor, als sei da irgendeine Show in der Mache, ob das prominent getrennt ist oder irgendwas anderes. Es kommt mir jetzt sehr merkwürdig vor. Und es kann ja auch irgendwas anderes sein, ne? Ex on the Beach und sie wurde für Ex on the Beach angefragt oder weiß der Teufel und er hat dann gesagt, komm, nimm das Geld mit. Und solange da nichts läuft, können wir hier gerne das Geld mitnehmen oder er hat ein Angebot bekommen. Er ist ja auch so ein Dating-Typ, ja. Also so ihn ohne so eine Dating-Show kann man sich irgendwie auf Dauer auch nicht vorstellen, oder? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Also er muss ja irgendwie auch noch im Game bleiben und mal sehen, was jetzt alles so kommt. Und so viele Pärchen-Sendungen gibt es ja nicht. Das Sommerhaus ist jetzt weggefallen. Kappel-Challenge wurde abgesetzt, obwohl ich Kappel-Challenge immer total klasse fand. Und ich wäre ja für das Winterhaus, also quasi das Gleiche wie im Sommer, nur im Winter. Warum nicht? Warum sollte man das nicht normal machen? Einfach nur in der Winter? Es gab ja auch die alte Staffel von Kappel-Challenge, die dann in der Kälte waren. Das könnte man ja genauso im Schnee zur Weihnachtszeit rum oder Winterzeit das große Winterhaus machen. Verstehe ich irgendwie nicht. Warum man das jetzt nicht einfach auch noch mal umsetzt? Das ist im Prinzip das Gleiche in grün. Dann könnten noch mal die ganzen Pärchen aus den letzten Jahren auch noch mal auftrumpfen und sich beweisen. Also ich würde das sehr feiern. Wenn ihr auch Bock drauf habt, schreibt das unten mal rein. Winterhaus. Also vielleicht sehen das ja ein paar Leute von der ATL. Ich werde das auf jeden Fall mal als Idee einwerfen. Und im Prinzip könnte man das Kappel-Challenge einfach nur mit einem neuen Brand Winterhaus nennen. Also wäre ja nicht so blöd. Oder die Almhütte oder irgendwie so. Fällt schon was ein. Also ich bräuchte keine 10 Minuten. Ich hatte 10 geile Ideen dort. Ich weiß nicht, was die da alle machen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was Gigi, das erste Interview, ist ja auch im Titel drin, was Gigi dazu zu sagen hat. Man merkt, so richtig böses Blut herrscht da irgendwie nicht. Und dennoch sind da auch so ein paar Töne drin, wo man auch sagen könnte, okay, lass uns da auch noch mal drüber sprechen. Denn irgendwie ist es ja auch unsere Zeit. Irgendwie halten die Beziehungen oftmals nicht lange. Man ist schnell ausgetauscht. Und irgendwie spricht er das ja auch da an. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei den beiden weitergeht. Ich bin dir ehrlich, so heutzutage eine Beziehung zu führen, ist echt schwer. Dieses Handy, dieses macht alles kaputt. Heutzutage, Kleinigkeit, du streitest, Schluss. Du findest gleich jemand anderes. Das ist nicht mehr so wie damals, wie Mama und Papa. Jetzt gucken wir, dass man noch gekämpft wird. Wir sind ja auch beide in einer Welt. Es ist halt nicht einfach. Es ist wie, wenn du zu einem Tätowierer gehst und sagst, ich will nicht mehr, dass du Frauen tätowierst. Weißt du, was ich irgendwie... In der Welt, wo wir sind, ist es halt nicht einfach, eine Beziehung zu führen. Dana ist eins. Für mich war das immer dunkle Gasse, mein Licht. Damals. Also immer noch. Aber so geht es jetzt aus. Weil die Batterie nicht mehr da ist. Nein, Spaß. Nee, Dana ist... Ich will jetzt nicht süß sein, okay? Aber sie ist mein Baby, natürlich. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber man hört irgendwie zwischen den Sätzen dann doch raus, dass der Gigi dann anscheinend schon Schwierigkeiten hat, so eine Beziehung auch zu halten. Und ich kann das durchaus auch verstehen. Also heutzutage ist es auch schwer. Dieses Handy, die sozialen Netzwerke sind eine Krankheit und das kann ganz schnell auch in eine sehr unangenehme Richtung kippen. Ja, wenn vielleicht eine Person dauernd etwas postet und kriegt dann allerdings irgendwie das nicht hin, dem Partner oder der Partnerin noch zu antworten. Und der Partner und die Partnerin denken dann, oh Gott, warum kann sie denn dann oder er was posten? Und mir kann die Person nicht antworten und so kann es schnell zu Streitigkeiten führen. Diese Streitigkeiten führen dazu, dass die eine Person sich noch weiter entfremdet, vielleicht schon bei anderen in den DMs ist. Und ja, heutzutage ist das ganz furchtbar. Man ist schnell ausgetauscht, liebe Leute. Und ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ist euch sowas schon mal passiert oder kennt ihr solche Geschichten wie bei den beiden? Beide wirkten ja sehr harmonisch miteinander, wirklich eigentlich auch sehr niedlich. Und irgendwie stinkt das für mich halt deshalb. Und ich kann es mir halt irgendwie nicht so richtig vorstellen, auch wenn er natürlich ein Hallotri, ein Lebemann ist, der wahrscheinlich da auch dauernd Nachrichten bekommt und sie vielleicht dann auch blöd reagiert. Andererseits wird sie bestimmt auch die eine oder andere Nachricht von irgendwelchen Kerlen bekommen. Das kann von seiner Seite natürlich auch nicht gern gesehen sein. Und generell sollte man diese Smartphones generell verbrennen. Das ist wirklich so ein Gerät, was glaube ich heutzutage viele Beziehungen zerstören kann, weil es nicht mehr so ist wie früher, wie bei unseren Eltern noch, die noch Postkarten schicken mussten. Und dann war Ruhe. Da konnte man zwar auch miteinander telefonieren schon, aber nicht so wie heutzutage, dass man permanent 24-7 Kontakt halten kann oder Neuen aufbauen kann mit diversen Leuten. Ja, auch über Städte hinaus können sich ja so Affären und Co. ergeben. Und das kann natürlich mitunter auch zu Problemchen führen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt bei den beiden der Fall war, aber irgendwie stinkt das für mich bis zum Himmel. Und ich kann es mir halt als Fazit des Ganzen nicht vorstellen, dass Dana und Gigi jetzt ausgerechnet sich getrennt haben. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, direkt nach diesem Kampf, direkt nachdem beide eigentlich recht harmonisch wirkten zuletzt, beide zusammen im Sommerhaus waren. Ich kann es mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass sie jetzt aussehen, jetzt sagen, du, man trennt sich. Und man hört ja auch so ein bisschen raus, dass er ja irgendwie noch sehr niedlich so auch über sie sprach. Und also irgendwie stinkt das doch bis zum Himmel. Das kannst du mir nicht vorstellen. Also wenn da irgendjemand jetzt wirklich sich getrennt hat, weiß ich nicht, dann sind doch die Hormone und die Stimmung noch mal ein bisschen eine andere, oder? Dann würde man auch vielleicht nicht ganz so lieb über denjenigen noch sprechen und vielleicht eher mal raushauen. Und er ist ja auch grundsätzlich ein Mensch, der auch ganz gerne mal raushaut. Also von daher beisehnlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, das ist jetzt meine bescheidene Meinung, wie ist eure? Ihr könnt die mal unten reinschreiben. Ansonsten soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ein kleines Update zu dem ganzen Gossip rund ums Sommerhaus und danach. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Bis dann und tschau, tschau.